Stimmung ist immerhin vorhanden und ich bin sofort im Postbär. Geil. Chat, es geht los. Bomber! Bomber, Bomber. Bomber, Bomber. Bomber, Bomber. Wir haben ja auch... Da leg ich noch... Leg ich da schon eine Bombe? Ach, was soll's. Was soll's? Nein, jemand hat es erwischt in der Bombe. Ja, und ich habe es immer rief. Bibi ist in der Bombe gestorben. Also, wer war denn mit dem Electrical? Ich habe Julie Wurzel und... Also, Julie und Svengi gesehen, oder? Hm. Genau, ich war ja. Und Bibi und noch einer, oder? Ich bin grad reingekommen. Wo war die Bombe? Beide Wippen sind schlecht, ey. Ich glaube, die war unter dem Cage. Okay, okay. Ich bin Loverin, die Connor war alleine. Faro ist gerade zu mir in Weapons reingelaufen. Ich bin gerade mit einem Meteoriten-Task fertig geworden und Faro ist zu mir in Weapons rein. Faro, woher kommst du? Ja, ich war davor am Pylonen neben Storage, also vorbeigelaufen, da stand Stuggi, bin drunter zum Wasserrad zum Dritten und bin dann in Weapons rein. Äh, Dasher liegt tot am Stein, also unter dem Vent an der Mauer. Beim Lab meinst du, ne? Ja, unterm Lab, ne? An dem Vent. Am Stein. Oh Gott. Das war ja der erste Flash. Das war der erste Flash. Hast du den direkt selber gemacht, oder? Warum sollte ich das dann sagen? Das war eine Frage. Also ein einfaches Nein hätte mir gereicht. Ich überlege gerade, war der Flash blau? Ich stehe in der oberen Deacon alleine. Da hab ich auch gerade eben einen Garlick hingeworfen. Ich war, wie gesagt, ich war alleine im Lab. Äh, ja. Also ich hätte ihn gemacht haben können, theoretisch. Das ist true. Rein, also killen, dann hochwenden, aber es hätte funktionieren können. Aber es gab ja nur einen Flash, oder? Erst den blauen und den zweiten. Einmal den blauen und einmal den normalen. Aber glaubt ihr, dass es für Juli Bomber ist? Für Juli? Ich weiß es nicht. War dunkel. Bitte? Wer ist in dem Lab jetzt gerade? Shoshy anscheinend. Ich bin in der oberen Deacon, da liegt auch ein Garlick, wie gesagt. Also Shoshy ist in der Nähe vom Dasher-Kill. Das ist richtig, aber da wäre ich viel zu lange gewesen. Wenn Dasher der erste Kill war, da stand ich noch vorne am Bohrer. Da wäre ich aber auch unsichtbar, ich bin Chameleon. Nur als Vorwarnung der erste. Habt ihr gesehen, ne? Ich hab Vivian einfach weggebombt. Ich habe eine Bombe unter Electrical gelegt. Ich hab gewartet, bis sie reinlaufen, hab die Tür zugemacht und... Dann war's das. Glaub ich zumindest. So. Jetzt ist die Frage, ob ich hier irgendwie eine reinkriege. In den Raum. Ich bleib hier mal stehen. Ich, ich, ich würde gerne... Ja, der erste läuft in Notur rein. Ich würde gerne hier Licht ausmachen. Oh, das hat er gesehen. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Der Report hat mich gerettet gerade. Der liegt über der Pylone, ist gerade am Umfallen und jemand ist in den Bank gesprungen. Der ist gerade noch am Fallen. Bei welcher Pylone? Oben bei, äh... Office raus, obere Pylone da. Bei der Pylone da. Bei der Pylone. Unter Unterlab. Ich werf's mal in den Raum. Bait Reichweite. Ja, er fällt gerade um. Okay. Aber ich... Wer sieht gerade jemanden? Den könnt ihr alle rausnehmen. Ich seh nur mich. Ich bin allein im Specimen. Boah, ich bin durch... Irgendwie durchgelaufen gerade. Aber ich hab nicht... Nicht gesehen, wer's ist. Ich bin im Storage ausgegangen, deswegen... Das war ein Vent raus, kill. Vent rein. Ich kam gerade aus der Task. Ich hab dieselbe Task mit ihm gemacht. Machst du das, Maggie? O2? Ich bin O2, ja. Hast du durch mich durchgelaufen gerade? Boah, weiß ich nicht. O2, O2 rein? Ja, das kann sein. Nein, weil ich bin gerade erst in... 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 Hier, diesen Sauerstoffraum reingegangen. Hab die Task nicht mal angefangen. Okay, ja dann kann mein Madame... Dann Smaggy kann das nicht gewesen sein. Äh, ich meine Smaggy kann das nicht gewesen sein. Der ist O2 offensichtlich. Wo ist denn Julie? Ich... Ich bin... In O2. Okay. Wandel. Ach, dann... Nee, 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 dann ist Julie durch mich durchgelaufen gerade. Doch, doch. Grün, rot? Ich hab's nicht gesehen, aber da ist jemand durch mich durchgelaufen und ich war mir sehr sicher, dass es nicht Smaggy ist, aber ich hab einfach nicht genau drauf geachtet. Wann genau, wann genau? Wann ist das passiert? Vor einer Sekunde. Okay, nee, dann vor einer Sekunde kann ich's nicht sein, dann muss es Julie sein. Na, hört jetzt auf. Smaggy, das ist Humbug. Überleg mal, wir waren am Anfang. Wir nehmen dich raus, Julie, wir nehmen dich raus. Oh! Das kann nicht sein. Wir geben mir kein Alibi. Wir waren bei der Bombe, guck mal, drei Woten nicht. Ich hab geskippt, Julie. Okay. Jetzt hab ich Angst, dass ich Anti-TP spawnen und da die Bombe direkt liegt. Okay, nein. Aber Julie hat die Bombe noch gesehen anscheinend, ne? Interesting. Ich will halt ne Bombe legen und dann logischerweise ne Tür schließen. Na? Gar nicht mal so leicht. Wie kommt sie denn jetzt auf mich? Die Sau. Immerhin noch umgebracht. Und Flask liegen, ähm, rechts von Communication übereinander. Da? Also ich glaub nicht, dass die sich gegenseitig gekillt haben. Die wurden gedouble killt. Und irgendeine Sau hat mitten in No2 ne Bombe gelassen und wollte mich hinrichten. Lava drin, oder? Obwohl, ne, wenn die zusammengelaufen sind vielleicht. Bist du sicher, dass sie double kill oder kann's doch Lava sein? Ne, Lava kann auch sein. Das ist, aber die sind nicht aneinander gestorben. Das wollte ich damit sein. Ach so, okay. Ich bin grad unsere Deacon. Wollen wir, Julie sogar gut. Ich hab Julie, ich hab Julie voll gesaved. Auf dem Scanner. Ja. Das kann sein, ja. Du terzt jetzt rechts ins Lab rum rein, ja? Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Das Problem ist, das war ein ganz gezieltes Attentat mir gegenüber. Und das erwarte ich von euch allen, ihr Schweine. Ich kann das gar nicht eingrenzen. Jetzt hab ich dich gerne als die Bombe selber gelegt. Ich bin nicht gestorben. Das ist einmal passiert. Ja, ist so, ne? Oh, die Schüsse. Machen die direkt so ein riesen Drama draus. Also, Smeggy. Es ist ja jetzt nicht so, als würde dir das nicht regelmäßig passieren. KC ist komplett AFK. Terste war im Lab. Entschuldigung. Ich stehe unter dem Cage. Ich bleibe nur noch Stuge Meimel übrig. Wenn Smeggy die Wahrheit sagt. Ja, wenn er die Wahrheit sagt. Eben hat mich irgendjemand angesprochen, Meimel, und dann war alles laut. Ich werde Stuge voten, weil Stuge Meimel erzählt. Ah, was war denn Stuge? Hä? Wieso schon? Ich habe gar nichts erzählt. Ich stehe unterm Cage. Du hättest auch die Bombe, guck mal, das Ding ist, du hättest auch die Bombe, äh, und der lässt mich doch einfach aus. Die Bombe hätte nicht legen können, äh, Juli und auch Meimel hätten die Bombe nicht legen können. Erste auch nicht, ihr auch nicht. Also es bleibt nur noch, für mich bleibt nur noch die Wahl zwischen Stuge und Meimel. Meimel weiß ich nicht, warum du ihn rausnehmen kannst, aber... KC ist AFK, KC ist 100% safe. Von der ersten Bombe, von der ersten Bombe. Der war mit mir und Juli in electrical. Da stand ich vor der Türe, als die Bombe gedroppt ist, aber okay. Hehehe 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 Vor allem, ich, ich save Juli, ein Crewmate, damit der Prosecutor nicht gewinnt, und dafür werde ich umgeschossen. Das ist einfach nur eine Frechheit, ne? Ähm, ja. Also Items ist anscheinend... Der ist doch nicht AFK, oder? Ist er wirklich komplett AFK? Ne. Er scheint. Items will nicht. Hat wegen Chameleon eventuell was gewusst? Naaah. Weiß ich nicht. Hallo Shelly. Doch er ist komplett AFK. Unglaublich. So. Oh. Oh, die Bloody Spur. Die Bloody Spur. Hahaha Hahaha Und er läuft voll Gas rein. Eieiei. Warum ist er nicht zum Wend gelaufen? Warum ist er einfach, einfach weggestiefelt? Oh, ein Itemset auch rein gehalten ist. Hallo. Hallo. Michael. Hi. Der muss alle Leute überzeugen. Wollte Bloody Spur oben im Lab und ist dann ganz schnell weggerandert, wenn wir ein Gang gekommen ist. Ne, ist nicht so vorbei. Nicht lügen, das ist die Wahrheit. Da war sehr viel Blut. Hi. Ich bin wieder da. Ich hatte leider ein Telefonat. Hallo Katz. Kein Problem, wir kommen zurück. Ist vorbei. Wollte Bloody Spur. Könnt ihr mich kurz auf ein Ding bringen? Was ist denn jetzt passiert? Also wer ist tot? Wollte Bloody Spur. Alle. Das kann nicht sein. Items. Wir hatten auf dem Sass Stuggi und Maimil. Dann haben wir Stuggi rausgeworfen. Dann ging es weiter. Jetzt ist Maimil Sass, aber der sagt, Voldemort hätte Bloody gehabt. Wollte nicht so sein. Unterer Deacon? Unterer Deacon? Ja. Unterer Deacon bin ich gerade. Ah, okay. Ich bin gerade losgelaufen gewesen. Ich bin im Admin. Ja, dann bist du aber gewendet, mein Lieber. Du bist nämlich zurückgelaufen Richtung obere Deacon Tür. Doch, doch, doch. Können wir Juli als Morfling ausschließen? Ja, ich bin safe, Inno. Du bist safe, Inno. Eigentlich schon, ja. Es ist eigentlich so, vorher war die Wahl zwischen Stuggi und Maimil. Maimil könnte eventuell der Bomber sein. Ja, eben wollte ich aber schon rausgenommen. Du versuchst aber ganz komisch stark auf mich zu gehen, nachdem ich dich gesasst habe. Ich versuche nicht stark auf dich zu gehen. Moment, 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 Moment. Nur ganz kurz für mein Verständnis. Er versucht jemanden mitzuteilen, der die ganze Runde nicht da war, wer jetzt gerade Sass wäre. Und jetzt versucht er stark auf dich zu gehen, weil er dich callt als eine Person, während du ihn accused. Finde ich gut. Riesenkopf. Genau, immer noch. Bloody Spur wollte oben laufen. Für meinen Fall vote Maimil. Das macht keinen Sinn sonst. Ja, für mich das wollte. Es tut mir leid. Oben war eine Bloody Spur erst weggerannt. Also, Julie, ich muss jetzt am Ende des Tages eigentlich auf Julie vertrauen. Julie, sollen wir einfach dich voten? Nee. Sollen wir dann Maimil voten? Es muss Maimil sein. Ich bin safe. Uh, ich war die ganzen Runden safe. Und jetzt gehen die Morde weiter, dann muss es ja Maimil sein oder nicht? Muss das Maimil sein. Warum ist er sich so sicher mit der Bloody Spur bei Voldemort? Weil er muss doch jemanden blamen, oder nicht? Also, jetzt hochgefragt. Muss er nicht jemanden blamen, Julie? Also, ich will mich jetzt nicht selber... Oh mein Gott, Leute, wirklich. Also war es Voldemort? Natürlich war es Voldemort! Ich war halt wirklich... Mein Steuerberater hat auf einmal mittendrin angerufen. So, 19 Uhr. Der denkt sich so, ich ruf mal an und frag, was die Zahlung XY ist. Und ich denk so, was? Du zahlst Steuern? Warte mal, ihr seid Lover? Achso, ja, wir sind Lover. Julie, Julie, Julie. Egal, wie ich Runde gespielt hätte, ich hätte so oder so Flame bekommen. Dann wäre ich lieber AFK, dann sind alle traurig. Alles gut. Er hat mich das Meeting gerettet mit der Bombe. Maggie, wie hast du den Karma-God so verärgert, dass du in dem Moment, als ich wiederkomme... Dann hat man die Bombe noch gesehen. Ja, ja. Also der Schuss, der war schon gerechtfertigt. Ich bin da. Tracker Guesser. Ich hab hier... Okay, Items auf jeden Fall. Ein paar Leute. Einer davon ist Maggie, Orange, also Dasher, Terster, Meiml und Vivi. War der nicht eben auch früh tot? Ja, den hab ich auch grad gesehen, tot. Hallo. Ja, das war, glaub ich, zweite Runde Bait, letzte Runde. Oh. Okay. Also, hi, mein Name ist Katze. Ich hab grade eben... Entschuldigung, du kannst dich gleich verteidigen. Ich hab Farou getötet, ich bin Sherry, ihr könnt mich gessen. Ähm, ich hab grade eben gemerkt, ich bin Chameleon, werd unsichtbar. Seh in dem Moment, mein Kill-Button läuft auf, weil jemand Chameleon ist. Denk mir so, komm schon, Knopf drücken, weil Chameleon... Es kann nur einen geben und ich töte Farou. Der Farou war böse. Das ist immer gefährlich. Wenn ihr Chameleon seid, ne, und Katze läuft auf euch zu, rennt. Ja. Nie stehen bleiben, ganz gefährlich. Aber hast du jetzt den Bait gekillt oder hast du selbstreported? Nee, ich hab noch selbstreported. Cam hat auch gesehen, dass ich ihn getötet hab. Aber Julie ist gewitcht, vielleicht sollte Julie mal überlegen. Genau, Julie. Musst ihr gar nicht überlegen, wir waren alle Camo in Electrical auf einem Haufen und Julie stand auch mit dran. Scheiße. War mein Mail dann nicht auch? Ja, Julie. Mein Mail kam nachträglich rein, als ich raus bin, deswegen wollte ich den nicht rausnehmen für alles. Also Stuggi war's nicht, Stuggi und ich waren zusammen in Lab. Ja, die ist richtig. Und Items wohl auch nicht. Nee, die Cam hat auch gesehen, dass ich da unten war in Auto. Also ich war übrigens die Person, die in Electrical einfach nur da stand. Items, wo hast du V erschossen? Am Müll. War der auch in Electrical mit drin? Das weiß ich nicht. Ich bin als Erster direkt runterge-jeetet, er ist halt irgendwann unten angekommen als Chameleon, aber schon unsichtbar gewesen, als ich wieder rausgelaufen war von der Baumtask. Ich würde den Vorschlag machen, wir guessen Dasher auf Witch und wenn der Gesser stirbt, dann voten wir einfach Smaggy. Ja, das machen wir. Toller Vorschlag, sehr gut. Aber überhaupt nicht. Judy, du wirst dann sterben, du... Ich sterb doch eh. Hey, hey, hey. Vorsicht. Hey, hey, hey. Bevor wir einen Likes haben wir mit Zagli oder so. Ich finde interessant, dass er sich gerade eben bei Vogel zensiert hat. Hä? Warum bist du... Skipping, Skipping, ganz wichtig. Skipping, ja. Smaggy, komm mit. Tschüss, Judy. Hey, ey, das ist so gefährlich, wenn du willst. Wie ist Smaggy... Wie ist Smaggy Angst hat, gevoten zu werden, nur weil er guest. Nur denn. Äh, so. Gib mir eine Sekunde. Und warum kann ich denn keine Stream-Markierung machen? Jetzt. Ähm. Ja, also Items wurde auf jeden Fall noch gegast. Sprich, er hat nicht gelogen, gehe ich von aus. Weil der Impostor-Kollege wusste. Äh, also dann haben wir Witch-Guessr. Sehr wahrscheinlich. Witch-Guessr. Und dann gehe ich stark davon aus, dass Stugi zum Beispiel safe ist. Und dann gehe ich stark davon aus, dass Stugi zum Beispiel safe ist. Die Witch kann ja jetzt nicht wirklich witchen, ne? Weil es viel zu lang dauern würde. Ich meine, es gibt einen Jackal auch noch, aber... Stugi ist auf der linken Seite irgendwo. Vivi und Terse laufen durch mich, tue ich. Stugi, Vivi. Stugi, Vivi. Und dann habe ich zwei Items auf Sheriff gegessen. Ja. Ähm. Smegi hat nicht getötet gerade. Hola. Hallo. Hallo. Oh, Voldemont. Den habe ich vorhin noch gesehen. Lifeline. Der liegt vor Weapons. Äh, ich meine, Voldemont war sogar der... Aber ich glaube, ich habe Vivi gerade reportet, oder? Ja. Voldemont nicht vor Weapons. Nein, 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 sorry, das ist Vivi. Ich habe kaum reportet. Gehen wir davon aus, dass die Witch raus ist? Riesen-Koch. Nee, weil Vivi... Nee, Trudi ist ja gestorben. Nee, aber ich meine, weil... Jetzt ist keiner Facts dort. Also, Voldemort ist maximal... Hä, nee. War Voldemort der Dingskader? Den habe ich... Ja, weiß ich nicht. Ich habe den gerade noch vor 50 Sekunden im Office gesehen. Ja. Ich habe dich und Maimel auf der Cam in Office gesehen. Genau. Und kurz danach habe ich, äh, Voldemort gesehen. Ja, okay. Ich bin jetzt eben in den Camp gewesen. Der lässt raus für die VIP. Mhm. Ach so. Der ist dann links rausgelaufen, Voldemort. Also, wahrscheinlich zum Licht oder so. Hab ich gefixt. Er war nicht da. Maimel, hast du Dasher gesehen während dem VIP? Ja. Du hast nicht Licht gefixt. Du hast nicht Licht gefixt. Wir waren... Wir waren beide unteren Decon, deswegen. Nein, ich war da oben, wo er nicht da war. Ich war in Camps. Wenn, äh... Wo Vivi vorher war. Ich habe Vivi in den Camps abgelöst, basically. Genau. Wenn Terste auch Vivi in Office noch gesehen hatte, danach... Nein, habe ich nicht. Achso. Kann Vlesk weder... Voldemort. Äh, VIP noch Voldemort gekillt haben. Äh, ja. Ich meinte auch Voldemort. Ich habe Terste gesehen. Das habe ich gerade gecallt. Und ich habe Vivi in den Camps abgelöst. Nee, nee. Ich meinte Voldemort. Weil da... Ich wusste nicht, wo er ist. Dann kann Vlesk beide Kills eigentlich nicht gemacht haben. Wobei ich Vlesk für die Witch gesusst habe. Ich glaube... Mein Mögen kann es auch nicht gewesen sein. Mit Voldemort. Ja, also ich denke... Ich dachte, Dasher ist die Witch. Nein. Bin ich nicht. Bist du nicht? Nö. Sehr überzeugend. Ha! Nee, ich bin's nicht. Okay. Nee, ich bin's halt für ihr nicht. Ich ja... Okay, dann guck ich mal. Wer bleibt denn übrig? Wer bleibt denn übrig? Au, 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 au. Der erste ist Maggie. Also... Nein, 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 nein. Wer hast du gewartet, Shoshy? Ja. Okay. Fuck. Ich dachte mir, Shoshy ist Jackal. Und dann war ich bei Dasher und Terster war ich bei The Witch. Bei sechs. Hey, du bleibst doch nur noch übrig für die Witch, oder habe ich das falsch gemacht? Ich dachte mir gerade schon, ey, entweder Terster oder Dasher plus Shoshy, Jackal. Weil der Rest war ja fast graues, ne? Aber... Ah, ich hätte Terster of Witch machen sollen. Ich hätte Terster of Witch machen sollen. Ja. Aber jetzt... Jetzt wissen sie ja, dass es... Also... Smeggy muss wissen... Smeggy muss wissen, dass Terster Witch ist jetzt. Gibt keine andere Möglichkeit. Hallo? So. Guck mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Person rausruten. Warteteste. Guck mal. Äh, Vivi war in den Camps. Joshy sagt, sie hat sie abgelöst. Ich bin rüber gelaufen zu einem Lab und hab da Vles getroffen und dann waren anscheinend beide Leichen, wenn Vivi nicht der VIP war. Und es wurde reported. Das sind keine zehn Sekunden. Die hab ich im Lab auch gesehen, am Eingang-Lab. Ja. Also die Camps waren auch noch... Als ich Eingang-Lab war, waren die Camps auch noch an. Hab ich die auch gesehen, ja. Für mich... Stuggi hat null Shoshy gesasst, obwohl Shoshy für ihn super-sass gewesen sein müsse. Ah, Stuggi und ich waren in die ersten zwei Runden... Shoshy war doch oben auf jeden Fall. Das hat er nicht gelogen, dass sie gesagt hat, sie war da oben. Ja, das stimmt. Und Stuggi und ich waren auch die ersten zwei Runden Base-Bee zusammen. Wenn wir sechs Leute sind... Also der VIP-Flash müsste Voldemort gesagt sein, weil Willi... 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 Just Willi... Oh, komm ich zur Lage? Willi... Die war relativ frisch. Nein. Also... Aber wer dann nicht endest, Maggie... Nein! Nein, Bruder... Muss ich dir Among Us neu erklären, oder was ist falsch mit dir? Also... Wir haben doch grad geskippt. laut wie hier kommen laut wie wie es kohle waren die witsch entweder also wir waren wie wie west julie deutscher smaggy terse oben beim lights erst runde und wenn keine die witsch noch nicht tot ist müsste es ich smaggy oder terse sein aber blesk hat gerade auf mich gut gemacht ich würde ich würde ja ich würde gerne so wir können aber keine witsch gewesen sein weil stug nicht beide in der ersten runde im lab waren da können wir gar nichts gemacht haben also wir können nicht gewünscht haben de facto ich kann einigen das mit der witsch ist ja irrelevant davon werde ich zwar gegessen aber team team rot gibt es nicht mehr ich würde gerne ich kenne jetzt ich kenne jetzt smaggy auf witsch ok 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 da müssen wir schon gewartet jetzt ich bin nein ich wusste nicht stuggy ist für mich halt safe ja für die witsch wahrscheinlich oh shit er wusste dass maggie nicht am button war anscheinend wild weil wir hatten ja noch keinen button oder er muss gesehen haben dass niemand am button stand und wusste die ganze zeit das war gut von terse das war stark war blesk heute schon ein poster ja in der ersten runde lisuki liefen nicht ganz nach plan das musst du mir jetzt erklären ach meimel ist auch tot ja ja alles gut ja ja unfälle halt jetzt geht es um wer wen schneller gästen kann beide wissen die rolle von mann an beide müssen die rolle von mann an das wird spannend ok 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 ich finde das klingt nach einem skip oder du bist ja so ein ekelhafter holy shits einfach rausgegessen ja so ekelhaft aber ihr habt beide die chance ihr habt beide die chance rausgegessen da ist er